In diesem Tutorial werden wir uns eine vollständige Kurvendiskussion für eine gebrochen-rationale Funktion anschauen. Für den Anfang werden wir natürlich klären, welche Elemente der Kurvendiskussion überhaupt hier angesprochen werden. Und zwar Symmetrie, dann die Achsenschnittpunkte, damit ist natürlich die Schnittpunkte mit der X- und Y-Achse gemeint. Dann Definitionslücken, womit wir dann entsprechend auch die Polstellen oder senkrechten Asymptoten festlegen. Natürlich das Verhalten und Endlichen, womit man meistens die Waagerechte Asymptote festlegt. Extrempunkte, Wendepunkte und natürlich, wenn wir alle diese Informationen gesammelt haben, eine Skizze oder ein Schaubild. In Bezug auf die Reihenfolge der Schritte, vor allem auf der linken Seite, eine kurze Erklärung. Und zwar Symmetrie kann man immer am Anfang machen, weil das eine Eigenschaft, die komplett unabhängig von den anderen ist. Allerdings die Reihenfolge bei Achsenschnittpunkten und Definitionslücken könnte man auch vertauschen. Bei dieser Aufgabe hier macht es keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge wir das bearbeiten. Aber es gibt viele Aufgaben, die ein bisschen komplexer sind als diese. Und da empfiehlt sich auf jeden Fall zuerst die Definitionslücken festzulegen und dann die Achsenschnittpunkte und dann erst die Polstellen oder senkrechte Asymptoten festzulegen. Wie gesagt, hier macht es gar keinen Unterschied. Und auch ein Hinweis, wenn bedarf, einzelne Tutorials zu jeder dieser Themen findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Und denkt daran, ihr könnt unten auf die Zeitleiste gezielt zu den einzelnen Themen in diesem Video springen. Wie bereits angekündigt, fangen wir an mit Symmetrie. Links seht ihr unsere gebrochen nationale Funktion. Und zur Erinnerung, es gibt zwei Arten von einfacher Symmetrie. Einmal die y-Achsen-Symmetrie, die untersuchen wir mit dem Ansatz, das hier rechts eingeblendet ist. Und einmal die Punktsymmetrie. Zuerst wird immer die y-Achsen-Symmetrie überprüft. Und dafür müssen wir einfach f von minus x bilden. Also, entsprechend ersetze ich jetzt in unser Funktionstem oben alle x mit einer Klammer mit minus x. Danach können wir natürlich auch die Terme zusammenfassen. Also, wir haben dann minus x hoch 2, minus minus x und unten Nenner minus x, Klammer ins Quadrat, wieder minus minus x und am Ende noch minus 6. Jetzt fassen wir diesen Term zusammen. Das Minuszeichen bei der ersten x verschwindet wegen der hoch 2 und dann haben wir x Quadrat und hinten minus minus ergibt wieder plus x. Und unter dem Nenner haben wir wieder x Quadrat plus x und minus 6. Wenn wir jetzt diesen Term mit unserer Anfangsfunktion vergleichen, dann können wir schnell erkennen, dass sie nicht identisch sind. Und das bedeutet, die Funktion ist nicht y-Achsen-Symmetrisch. Ich schreibe mal so hier abgekürzt hinten keine y-Achsen-Symmetrie, abgekürzt AS. Naja, wenn sie nicht achsen-Symmetrisch ist, vielleicht ist sie punktsymmetrisch. Wenn wir jetzt die Formel auf der rechten Seite vergleichen, dann merken wir, okay, die rechte Seite, f von minus x, haben wir ja schon gebildet, bereits oben. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist dieser minus f von x. Und dafür setzen wir einfach vor unserer Anfangsfunktion ein Minuszeichen. Also das Ganze wird dann so aussehen. Minus und dann die Funktion von oben übernehmen. So, und im Nenner dann wieder x Quadrat minus x minus 6. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wo bringt man diese Minuszeichen rein? Oben Zähler oder unten Nenner? Ihr werdet es nicht glauben, aber hier habt ihr sogar Auswahl. Die minus 1 ist eine besondere Zahl, genauso wie die 1 ist sie eine Zahl, deren Kehrwert identisch ist mit ihrem Wert. Das bedeutet, man gibt euch dadurch die Freiheit, das Minus dort reinzubringen, wo ihr es braucht. Die Wahrheit ist, egal wo wir das Minuszeichen jetzt reinbringen, entweder ein Zähler oder ein Nenner, dieser Term wird trotzdem nicht identisch mit dem oberen Term, den ich hier gerade zeige. Deshalb bringe ich es einfach mal im Nenner diesmal. Also oben habe ich dann x Quadrat minus x. Und unten hätte ich dann minus x Quadrat plus x und plus 6. Ihr merkt, das ist eigentlich eine Minusklammer, die unten im Nenner steht. Und wenn ihr das Minuszeichen rein multipliziert, müsst ihr das Fortzeichen bei jedem einzelnen Term ändern. So oder so gebracht hat das nichts hinsichtlich der Symmetrie. Die Funktion ist auch nicht punktsymmetrisch. Damit ist die Symmetrie eigentlich erledigt. Unser nächster Punkt sind die Achsenschnittpunkte. Und zwar, wir fangen an mit dem Stimmpunkt, mit der x-Achse, auch sogenannten Nullstellen. Gut, dafür müssen wir natürlich die Funktionsgleichung gleich 0 setzen. Das habe ich auch hier schon vorbereitet. Und in erster Reihe solltet ihr immer daran denken, den Nenner wegzubekommen. Das heißt, mit diesem Nenner hier durchzumultiplizieren. x Quadrat minus x minus 6 durchmultipliziert. Die gute Nachricht ist, dann bleibt ja nicht viel übrig aus dieser Funktion. Wir haben nur noch x Quadrat minus x ist gleich 0. Ist ja klar, 0 mal irgendwas ist 0. So, und diese Gleichung können wir sehr einfach lösen, indem wir das x ausklammern aus den beiden Termen. Also x, Klammer auf, dann bleibt vorne nur noch x stehen, hinten minus 1, gleich 0. Und jetzt haben wir hier ein Produkt, was 0 ergibt. Deshalb können wir diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Das werde ich jetzt hier auf der Seite schreiben. Also, bei diesem Satz vom Nullprodukt muss die linke und die rechte Seite 0 gesetzt werden. Das heißt, die erste Lösung wäre dann x1 ist gleich 0. Und für die zweite Lösung müssen wir den Inhalt dieser Klammer nehmen. x minus 1 und gleich 0 setzen. Entsprechend ungeformt lautet dann die zweite Nullstelle. x2 ist gleich 1. Also, das wären unsere Nullstellen und die Schnittpunkte mit der x-Achse lauten dann 0'0. Beziehungsweise, also das wäre die erste Nullstelle und die zweite ist dann 1'0. Wir brauchen die Punkte für unsere Skizze. Nur mal so am Rande. Es könnte natürlich passieren, dass eine dieser Nullstellen auch wieder verschwindet, nachdem wir den Check mit den Definitionslücken später machen. Aber dazu später ein bisschen mehr. Ja, jetzt brauchen wir noch den Schnittpunkt mit der y-Achse. Das kriegt man raus, indem man für x0 einsetzt. Kurz gesagt, wir berechnen einfach f0. Und das ist jetzt ein bisschen überflüssig hier an dieser Stelle, weil wenn wir oben die Funktion 0 einsetzen, schon ein Zähler kommt 0 raus und 0 geteilt durch irgendwas ist 0. Und ihr seht schon oder erkennt schon, dass der Schnittpunkt mit der y-Achse bei dieser Funktion identisch ist mit der ersten Nullstelle, die wir haben. Also wir könnten es noch ausführlich hinschreiben als sy0'0. Allerdings ist sie identisch mit der Nullstelle, deshalb ist es nur doppelt gemoppelt. Das trifft natürlich nicht bei jeder Funktion zu. Bei der nächsten Funktion, die ihr untersucht, könnte natürlich ein anderer Schnittpunkt rauskommen mit der y-Achse. Im nächsten Schritt wollen wir die Definitionsmenge der Funktion festlegen und damit eventuell auch die Polstellen oder senkrechten Asymptoten. Zur Erinnerung, wir müssen jetzt die x-Werte finden, für die der Nenner 0 wird. Also kurz gesagt, für die die Funktion nicht definiert ist. Und das heißt, wir schnappen uns jetzt unseren Nenner hier, x² minus x minus 6 und setzen es gleich 0. Naja, das ist eine quadratische Gleichung. Da gibt es ein bisschen Auswahl, wie man das Ganze rechnen könnte. Also, quadratische Ergänzung ist möglich, PQ-Formel oder die ABC- oder sogenannte Mieternachsformel. Ja, um das Ganze jetzt ein bisschen zu beschleunigen an dieser Stelle, ich glaube, dass keiner neugierig ist, wie ich jetzt die ABC-Formel anwende. Also, ich habe jetzt eine dieser Formel angewandt, um ehrlich zu sein, die ABC-Formel und habe herausgefunden, dass die Definitionslücken einmal bei 3 und einmal bei minus 2 liegen. Damit könnte man natürlich den sogenannten Definitionsbereich festlegen. Den schreibe ich hier oben, also d. wäre dann R, die Menge der reellen Zahlen, außer dieser zwei Lücken hier bei minus 2 und bei 3. Also, das wäre die Definitionsmenge. Allerdings könnten diese Definitionslücken jetzt auch noch Polstellen oder senkrechte Asymptoten sein. Und um zu vergewissern, dass das der Fall ist, müssen wir sie allerdings zuerst mit den Nullstellen vergleichen. Also, zur Erinnerung, die Nullstellen haben wir ja vor ein, zwei Minuten rausbekommen und die waren 0 und 1. So, wie ihr erkennen könnt, die Nullstellen sind in diesem Fall verschieden von dieser Definitionslücken. Deshalb gibt es eigentlich kein Ärger. Nur eine kurze Erklärung, wann es Ärger geben würde. Und zwar, wenn sie identisch sind. Dann habt ihr diesen Fall mit der hebbaren Definitionslücke oder hebbaren Polstelle. Und das wäre natürlich ein komplexer Fall, der hier nicht auftaucht. Und deshalb muss man eigentlich immer diese Überprüfung machen. Aber, in diesem Fall sind wir sicher. Also, das heißt, unsere Definitionslücken werden dann mit Sicherheit auch Polstellen sein und auch gleichzeitig senkrechte Asymptoten. Und deshalb, weil die Nullstellen verschieden sind von den Definitionslücken, können wir jetzt auch die Gleichung der senkrechten Asymptoten angeben. Also, die erste senkrechte Asymptote wäre bei x gleich minus 2 und die andere senkrechte Asymptote wäre bei x gleich 3. Was wir allerdings an dieser Stelle noch machen könnten, weil wir sowieso am Ende ein Schaubild zeichnen möchten, ist das sogenannte Verhalten bei Einnährung an die Definitionslücken zu untersuchen. Also, kurz zu sagen, wir müssen untersuchen, ob diese Polstellen bei minus 2 und bei 3 ein Vorzeichenwechsel besitzen oder nicht. So, und das macht man einfach, indem man diese Polstellen an eine imaginäre x-Achse Eintragung tut, so wie hier, und dann immer links und rechts neben der jeweiligen Polstelle sozusagen ein Wert ausrechnen und nach dem Vorzeichen schaut. Ihr müsst dabei nur achten, dass ihr nicht zu weit entfernt von dieser Polstellen geht. Also, bei dieser Funktion ist es relativ entspannt. Es reicht, wenn ich zum Beispiel auf der linken Seite hier einfach mal die minus 3 nehme, also kurz gesagt f von minus 3 ausrechne, und hier auf der rechten Seite die minus 1. Bei der rechten Polstelle werde ich dann einmal links die 2 nehmen und auf der rechten Seite die 4. Aber es gibt auch Funktionen, wo man wirklich noch näher drangehen muss, so dass man nur um 0,1 oder 0,2 von der Polstelle abweicht. Also, hier können wir es auch so durchziehen. Das heißt, wir nehmen jetzt die minus 3, setzen es da oben ein und natürlich könnt ihr das auch mit dem Taschenrechner ausrechnen, aber es geht nur darum zu entscheiden, ob ein positiver Wert oder negativer Wert rauskommt. Also, wenn ich die minus 3 oben einsetze in Zähler, da kommt auf jeden Fall ein positiver Wert raus und unten im Nenner haben wir auch einen positiven Wert, weil wir haben hier dann 9, plus 3 sind 12, minus 6 sind immer noch 6. Plus durchs Plus ergibt Plus, das bedeutet, wir haben hier ein positives Vorzeichen. Wenn wir jetzt die minus 1 nehmen, dann wird oben wieder Plus rauskommen, allerdings unten haben wir dann plus 1 sind 2, minus 6 sind minus 4, also Plus durch Minus ergibt Minus. Das bedeutet, diese Polstelle hat einen Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus. Wie das am Schaubild aussieht dann später, sehen wir gleich. Und bei der 3, das gleiche Spiel, erstmal mit der 2, da kommt oben ein Zähler was Positives raus und unten im Nenner kommt dann was Negatives raus. Also, Plus durch Minus ergibt Minus, deshalb haben wir hier auf der linken Seite ein negatives Vorzeichen. Wenn wir jetzt die 4 einsetzen, sind Zähler und Nenner positiv, deshalb kommt hier was Positives. Also, an dieser Polstelle haben wir einen Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Und noch ein kurzer Hinweis, man könnte das Ganze auch mit Hilfe von Limes oder es gibt auch eine Darstellung mit Pfeilen hinschreiben, das ist jetzt hier für diese Kurvendiskussion und nicht von Bedeutung. Wir brauchen diesen Vorzeichenwechsel nur am Ende für unsere Skizze. Unser nächstes Thema, das Verhalten im Nenntlichen. Das ist bei gebrochen nationalen Funktionen eigentlich eine sehr einfache Sache, wenn man ein paar Tricks kennt. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ihr diese Funktion hier anschaut und den Grad des Zählers und des Nenners vergleicht, Grad, damit ist gemeint, natürlich die höchste Potenz in Zähler und Nenner. Wie ihr erkennen könnt, in Zähler und Nenner steht hier eine 2, das bedeutet, der Grad ist gleich, dann kann man nur die Koeffizienten oder die Zahlen vor diesen höchsten Potenzen betrachten, also alles andere spielt überhaupt keine Rolle und einfach hier diesen Bruch bilden und damit hat man eigentlich schon das Verhalten gegen plus, minus, unendlich. Also, offiziell können wir das auch so hinschreiben mit Limes, aber man kann auch diese andere Schreibweise mit Pfeiler benutzen und sagen, Limes für x gegen plus, minus, unendlich von f von x ist in diesem Fall einfach mal 1 durch 1, also 1. Übrigens, ich werde jetzt nicht näher auf diesen Trick angehen, weil das ist nicht die Sache dieses Tutorials. Am Ende dieses Videos, den Abspann findet ihr auch dazu einen passenden Tutorial. Man kann immer auf diese Art und Weise bei den gebrochenen nationalen Funktionen dieses Verhalten auswerten, sondern für diejenigen von euch, die es nicht glauben, dass es so ist, werde ich jetzt das Ganze nochmal nachweisen. Außerdem gibt es auch viele Lehrer oder Profs, die unbedingt darauf bestehen, dass die Schüler das nachweisen müssen. Deshalb kommt jetzt der ausführliche Lösungsweg. Also, ich habe jetzt nochmal das Ganze hingeschrieben. So, wenn wir das nachweisen wollen, dann müssen wir immer im Zähler ohne Nenner die höchste Potenz ausklammern. Also, ich schreibe hier wieder Limes x gegen plus, minus, unendlich und im Zähler ist x hoch 2 die höchste Potenz. Deshalb klammere ich das x hoch 2 raus. Entsprechend bleibt dann bei dem ersten Term nur eine 1 und bei dem hinteren Term hätten wir dann x geteilt durch x hoch 2. Das ist einfach nur 1 durch x, wenn man es kürzt. Ihr könnt es auch ausführlich hinschreiben und dann erst kürzen, aber ich glaube, x durch x hoch 2 müsste jedem klar sein, dass es 1 durch x ist. So, im Nenner die gleiche Taktik. Wir klammern auch das x hoch 2 raus und dann haben wir bei dem ersten Term natürlich nur eine 1. Bei dem zweiten Term wieder x durch x hoch 2, das ist wieder 1 durch x. Und bei unserem letzten Term haben wir dann minus 6 durch x Quadrat. Also da können wir nichts kürzen. Wir müssen es einfach ausführlich hinschreiben. So, das Ziel dieses Ausklammers ist, dass man die höchsten Potenzen wegkürzt. Also x hoch 2 und x hoch 2 verschwindet. Und es bleibt nur noch das, was ich hier in den Klammern sieht, übrig. Und jetzt setzt man gedanklich für das x unendlich oder minusunendlich ein. Das macht keinen Unterschied in diesem Fall. Also versuchen wir oben hier im Zähler nachzuvollziehen, was passiert, wenn wir für x unendlich einsetzen. Dann haben wir 1 geteilt durch eine unendlich große Zahl. Und auch wenn ihr das in den Taschenrechner eintippt, aus Neugier, da kommt eine sehr, sehr kleine Zahl raus. Man sagt dann auch, dass das Ergebnis gegen 0 geht. Das bedeutet, dieser Term hier geht gegen 0. Ich deute das mal auf diese Art und Weise an. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem hinteren zwei Terme hier unten im Nenner. Also, auch hier haben wir 1 geteilt durch unendlich. Das wird dann auch gegen 0 gehen. Und 6 geteilt durch unendlich, genau das Gleiche. Also, das Einzige, was übrig bleibt aus dem Ganzen, ist 1 geteilt durch 1. Und das ist natürlich wieder 1. Also das Gleiche, was wir oben hatten. Und zur Erinnerung, wenn bei diesem Verhalten unendlichen eine Zahl rauskommt, dann ist die Rede von einer waagerechten Asymptote. Und die gibt man immer an mit y. Also in diesem Fall, bei dieser Funktion wäre y gleich 1, die sogenannte waagerechte Asymptote. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Und jetzt kommen die Ableitungen. Wir haben eine gebrochene nationale Funktion. Deshalb empfiehlt sich in erster Reihe das Ganze mit der Quotientenregel abzuleiten, die ich zur Unterstützung hier auf der rechten Seite noch eingeblendet habe. Und ja, normalerweise, um die Extremumwendepunkte zu bestimmen, bräuchte man drei Ableitungen. Aber an dieser Stelle sollte man echt damit sparen, weil die Ableitungen bei dieser Funktionen sind meistens nicht so schön. Deshalb werden wir nur zwei bilden. Und wenn wir überhaupt Wendepunkte haben, dann können wir die Existenz der Wendepunkte auch mit dem Vorzeichenwechsel bei der zweiten Ableitung nachweisen. Also wir brauchen nicht unbedingt drei Ableitungen. Okay, wir legen los. Also, so wie die Regel es sagt. Zähler ist u, Nenner ist v. Und wir können dann mit der ersten Ableitung loslegen. u' ist dann entsprechend 2x-1, weil es zwei Terme sind, muss das noch in Klammer gesetzt werden. Dann v wird einfach nur abgeschrieben. Und dann minus u, x²-x. Und dann leiten wir den Nenner ab. Das sind dann ebenfalls 2x-1. Gut. Nenner steht dann v². Das bedeutet, wir müssen einfach nur den Nenner quadrieren. und nun mal so ein Hinweis am Rande. Also, diese Klammer sollte man nicht auflösen oder versuchen aufzulösen. Manchmal kürze ich ein bisschen was weg. Dann ist es ja Idealfall. Aber 99% der Fälle, lasst bitte den Nenner in Ruhe. Was wir auf jeden Fall oben machen können, ist ein bisschen diesen Zähler zu vereinfachen. Wenn ihr genau die zwei Terme anschaut, dann merkt ihr, dass sie was gemeinsam haben in diesem Fall. Und zwar diese Klammer mit der 2x-1. Die könnten wir sozusagen im Zähler ausklammern. Und dann haben wir auf der linken Seite nur noch x²-x-6. Und auf der rechten Seite haben wir dann entsprechend noch eine Minusklammer. Also, die hintere Klammer ist weg. Und dann bleibt nur Minusklammer auf x²-x. Natürlich könnt ihr auch die Minusklammer sofort aufmachen. Ich habe jetzt einfach mal alles ausführlich übernommen. Also, Nenner bleibt unverändert. Ich schreibe es nur ab. Also, das Einzige, was wir hier noch machen sollten, ist bei der rechten Klammer oben Zähler noch die Minusklammer aufzulösen, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben dann einfach 2x-1 mal Klammer auf. Wenn wir die Minusklammer hinten auflösen, dann haben wir x²-x². Die verschwinden einfach. Entsprechend haben wir dann auch noch Minusx. Und bei der Klammer Minus Minus ergibt Plusx. Das bedeutet, die verschwinden auch. Und das Einzige, was noch übrig bleibt, oben ist die Minus 6. Gut, das sieht schon viel, viel besser aus für uns. Also, Nenner übernehme ich wieder. Und oben im Zähler könnte man natürlich noch diese Klammer auflösen und eine schöne erste Ableitung haben. Also, Minus 6 mal 2x sind dann Minus 12x. Und Minus 6 mal Minus 1 sind Plus 6. Und das Ganze geteilt dann durch den Nenner. Das x hoch 2. Da es jetzt sehr viel Zeit kosten würde, mit der gleichen Quotientenregel noch die zweite Ableitung zu bilden, habe ich mir die Freiheit genommen, die einfach einzublenden. Wenn ihr neugierig seid, könnt ihr das gerne mal auch selbst probieren. Einen kleinen Hinweis, nachdem man die Regel anwendet, sollte man wieder gucken, dass man im Zähler den gemeinsamen Anteil sozusagen ausklammert und ein bisschen mit dem Nenner kürzt. Dann kommt ihr am Ende auf diesen zusammengefassten Term. Und da wir jetzt die Ableitung gebildet haben, können wir uns auch um die Extremen und Wendepunkte kümmern. Erstmal die Extrempunkte. Zur Unterstützung habe ich noch die Anfangsfunktion, die erste und die zweite Ableitung eingeblendet. Und man bestimmt die Extrempunkte, natürlich, indem man die erste Ableitung gleich 0 setzt. Das ist die sogenannte notwendige Bedingung. Wenn ihr diesen Begriff nicht kennt, ignoriert es einfach. So nennt man es meistens. Und das habe ich hier schon vorbereitet. Also das ist unsere erste Ableitung, die wir gleich 0 setzen. Und in der ersten Reihe sollten wir uns wieder darum kümmern, dass der Nenner verschwindet. Also wir multiplizieren mit diesem Nenner, mit dieser Klammer mit hoch 2. Ich tue mal jetzt abgekürzt so. Und dann bleibt auf der linken Seite minus 12x plus 6 stehen. Und auf der rechten Seite, naja, die gute Nachricht, 0 mal irgendwas ist 0. Das bedeutet, wir haben grundsätzlich eine sehr, sehr einfache Gleichung. Dann formen wir jetzt nach x um. Also minus 12x sind gleich minus 6. Und wenn wir noch durch minus 12 teilen, haben wir somit für x dann 0,5. Also das könnte hier unser Extremstelle sein. Als nächstes sollten wir überprüfen, ob das eine Extremstelle ist, beziehungsweise überprüfen, ob es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist. Dafür brauchen wir die sogenannte hinreichende Bedingung, wenn ihr es unter dieser Bezeichnung kennt. Und das bedeutet übersetzt, wir müssen diesen Wert in die zweite Ableitung einsetzen und gucken, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. heißt f' von 0,5. Ja gut, das ist ja entweder nur eine Schätzerei, um zu sehen, ob das Ganze positiv oder negativ ist, oder eine Eintipperei im Taschenrechner, wenn eins erlaubt ist. Ich habe das jetzt auch sozusagen im Taschenrechner eingetippt und habe herausgefunden, dass das Ergebnis eigentlich negativ ist. Also ich wandle das um in ein kleiner 0. Und zur Erinnerung, wenn die zweite Ableitung negativ ist, haben wir natürlich ein Maximum oder ein Hochpunkt, weil wir uns dann entsprechend auf einer Rechtskurve befinden. Das ist die Begründung für diese hinreichende Bedingung. Und das Einzige, was wir noch brauchen, weil wir später eine Skizze anfertigen werden, ist natürlich noch die y-Koordinate von diesem Hochpunkt. Das heißt, wir nehmen diese 0,5 und setzen es in die Anfangsfunktion. Kurz gesagt, wir berechnen f von 0,5. Und auch das habe ich dann entsprechend in ein Taschenrechner eingetippt. Ergebnis war 1,25. Beziehungsweise als Dezimalzahl hingeschrieben, weil wir das noch für die Skizze brauchen, 0,04. Also das wären dann die Koordinaten des Hochpunkts 0,5 und 0,04. Und dann noch die Wendepunkte. Dafür brauchen wir hauptsächlich die zweite Ableitung, weil wir diese 0 setzen müssen. Und das ist wieder die sogenannte notwendige Bedingung hier an dieser Stelle. Also zweite Ableitung gleich 0 setzen. Das habe ich ebenfalls vorbereitet. Und genauso wie vorher ist der erste Schritt einfach mit diesem Nenner hier durchzumultiplizieren. Also wir haben hier mal diese Klammer hoch 3. Und damit haben wir nur noch 12x² minus 12x plus 78 ist gleich 0. Das ist hier grundsätzlich eine quadratische Gleichung, die man entweder durch quadratisches Ergänzen, PQ-Formel oder Mittenachsformel lösen kann. Allerdings egal, welche Ansätze ihr versuchen werdet, wird keine Lösung dabei rauskommen. Also zum Beispiel bei der ABC- oder Mittenachsformel steht da einfach eine negative Zahl unter der Wurzel oder die Diskriminante ist ja negativ. Und deshalb gibt es hier keine Lösungen. Und wenn es keine Lösungen gibt, gibt es auch keine Wendestellen oder Wendepunkte. Deshalb ist dieser Punkt eigentlich schon erledigt. Die Schlussfolgerung ist, dass wir keine Wendepunkte haben. Und jetzt nutzen wir all das, was wir bis jetzt herausgefunden haben, um die Funktion zu skizzieren. Also in diesem Koordinatensystem werden wir dann alles eintragen. Zur Erinnerung, wir haben zuerst die Nullstellen bestimmt. Das waren diese zwei. Dann gab es zwei Polstellen, beziehungsweise senkrechte Asymptoten mit Vorzeichenwechsel. Dann gab es eine waagerechte Asymptote bei Y gleich 1. Und dann gab es noch einen Hochpunkt mit den Koordinaten 0,5 und 0,04. Die Symmetrie habe ich jetzt nicht erwähnt, weil keine vorhanden war und keine Rolle für das Schaubild spielt. Jetzt, schönen Dreihen nach, tragen wir alle diese Sachen in unser Koordinatsystem. Ich fange auch an mit den Nullstellen. Also die Nullstellen habe ich durch zwei grüne Punkte hier bei 0 und bei 1 eingedeutet. Dann die Polstellen, die dazu führen, dass man zwei senkrechte Asymptoten hat. Und zwar an der Stelle minus 2 und 3. Also man kann es noch hier unten schreiben. Das ist X gleich minus 2 und das ist X gleich 3. Dann haben wir eine waagerechte Asymptote bei 1. Also wie der Name schon sagt, ist sie waagerecht. Also Y gleich 1. Und dann noch diesen Hochpunkt mit einer sehr, sehr kleinen Y-Koordinate, die genau zwischen den beiden Nullstellen liegt. Ich habe den Punkt ein bisschen nach oben versetzt, damit man ihn überhaupt erkennen kann. Also das in der Mitte zwischen den zwei Nullstellen ist unser Hochpunkt. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir mit dem Kurvenbogen oder Abschnitt zwischen den beiden senkrechten Asymptoten anfangen. Da wir da zwei Nullstellen und einen Hochpunkt haben, können wir uns eigentlich ganz gut orientieren, wie die Kurve nach links und nach rechts verlaufen wird. Allerdings hilft da auch das Vorzeichenwechsel. Also wenn wir zum Beispiel jetzt nach links schauen, können wir schon sehen, bei minus 2 auf der rechten Seite gehen wir Richtung minus unendlich. Also in die Richtung hier nach unten. Und nach rechts Richtung 3, da gehen wir auch gegen minus unendlich. Also auch hier nach unten. Entsprechend wird der Kurvenbogen dann ungefähr so aussehen. Auf der anderen Seite dieser senkrechten Asymptote haben wir keine weiteren Nullstellen. Das bedeutet, diese Kurvenabschnitte können nur über die waagerechte Asymptote sich anpassen. Entsprechend so und so. Übrigens, wenn ihr links und rechts Zweifel habt, wie die Kurve aussieht, nimmt doch ein paar Werte, setzt es in die Funktion ein und findet ein paar Punkte raus. Dann könnt ihr sehr schnell nachvollziehen, dass die Kurve tatsächlich so aussieht. Zum Schluss noch ein Hinweis, wie bereits am Anfang erwähnt. Einzelne Tutorials zu all dieser Themen, die hier angesprochen wurden, findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.